Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Trashies, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Heute mit einer richtig heftigen Meldung, die Tatsache an meinen Katzenreportern vorbeigehuscht ist, ich habe es auch nicht mitbekommen, nämlich bereits vor einigen Tagen hatten wir einen Notfalleinsatz im Promi Big Brother Container und dieser Notfalleinsatz wurde von RTL natürlich nicht gezeigt, der Livestream wurde unterbrochen und man hat auch nicht so wirklich darüber gesprochen und da muss ich schon ganz ehrlich sagen, wollte hier Promi Big Brother eventuell diese bewusst gesteuerte Mangelernährung und die Auswirkung ein bisschen kaschieren. Mich hat das schon gewundert, dass dieses mangelnde Essen den Bewohnern nicht so richtig zusetzt, ich rede hier von Kreislaufproblemen zum Beispiel, aber jetzt scheint wirklich es den ersten erwischt zu haben, die umgefallen ist. Ich muss euch ehrlich sagen, ihr kennt meine Meinung über dieses Big Brother Konzept, ich habe das hier schon mehrmals gesagt und ich glaube, so langsam scheint hier wirklich sich etwas bemerkbar zu machen, nämlich, dass die Menschen einfach nicht mehr können. Das Schlimme ist, dass dieser Notfalleinsatz jetzt schon einige Tage her ist und trotzdem hat sich nichts verändert. Da muss man sich wirklich die Frage stellen, was soll der ganze Scheiße überhaupt noch, ja? Aber nun gut, bevor wir damit beginnen, erst einmal vielen, vielen herzlichen Dank, auch ein Hallo an alle neuen Zuschauer. Führt euch herzlich eingeladen in diese kleine Trash-Familie, schön, dass ihr da seid und heute natürlich dabei der Katzenreporter, der Lausekater. Der hat das auch nicht mitgekriegt, das gibt es gar nicht. Also, Schock bei Promi Big Brother, Sanitäter muss eingreifen, Sat.1 reagiert, kommt es zum Aufstand. Ein Artikel vom 24. Ich habe es echt, ich habe es nicht mitgekriegt. Muss ich mich entschuldigen, deswegen reiche ich das mit dem Video jetzt nach. Köln ist die neue Promi Big Brother Staffel zu hart. Am Abend kommt es zu einem medizinischen Notfall, weil Reality-Sternchen Paulina plötzlich zusammenbricht. Die Umstände für die Bewohner des TV-Containers haben es in diesem Jahr in sich. Geschlemmt wird nur, wenn es ihnen gelingt, die im hauseigenen Supermarkt eingekauften Lebensmittel in einem Live-Spiel zu verteidigen. Anderenfalls stehen ihnen nur Wasser- und Haferflocken als Nahrungsmittel zur Verfügung. Und bislang haben sich die Bewohner bei ihren Auftritten nur selten mit Ruhm bekleckert. Das zehrt natürlich an der körperlichen Verfassung. Zitat Ende. Da will ich ganz kurz was zu sagen, weil die Spiele auch so konzipiert sind, dass sie fast nicht zu schaffen sind. Sie sehen zwar auf den ersten Blick sehr einfach aus, aber ihr dürft einfach nicht vergessen. Die Menschen haben hier tagelang nichts Richtiges gegessen. Die sind einfach demotiviert, die sind entkräftet und da sind die Spiele einfach auch extrem schwer. Gerade auch Spiele, was das Denkvermögen betrifft. Das Gehirn kriegt doch kein Zucker da im Container. Das Gehirn arbeitet doch gar nicht mehr richtig. Das ist schon so bewusst gesteuert von Promi Big Brother und das ist ja das Schlimme. Wir machen mal weiter. Eine musste den vielen Entbehrungen jetzt ihren Tribut zollen. Als Paulina aus dem Aufenthaltsraum zur Toilette geht, wird ihr plötzlich schwarz vor Augen. Das Reality-TV-Sternchen erleidet einen Kreislauf-Kollaps. Die Zuschauer des 24-Stunden-Join-Livestreams sollen davon möglichst wenig mitbekommen und dürfen sich deshalb für rund 10 Minuten den Eingangsbereich des Containers anschauen. In dieser Zeit wurde die 26-Jährige von einem Notfallsanitäter betreut. Auf dem Vorfall aufmerksam wurden die Zuschauerinnen und Zuschauer erst, als die Übertragung wieder regulär fortgesetzt wurde und sich die 13 Bewohner über das Geschehen unterhielten. Zitat Ende. Das ist krass, oder? Also schreibt das gerne in die Kommentare, ob ihr das wusstet. Ich wusste es nicht. Ich habe es einfach nicht mitbekommen. Das hat Big Plaza wirklich gekonnt umgangen. Sat.1 gibt noch in der Nacht ein offizielles Statement zu dem Vorfall ab. Ich habe dann in der Toilette schon gemerkt, dass es mir nicht gut geht. Hatte Luftnot. Ich habe kaltes Wasser über die Hände laufen lassen. Hat nichts gebracht. Das ist voll übel. Wenn du dich nicht mehr verständigen kannst, erinnert sich Paulina. Mit ihren letzten Kräften sei sie dann in den Vorraum gekrochen, in der Hoffnung, dass die Kameras sie dort wiedersehen. Unmittelbar setzte auch Sat.1 in den sozialen Netzwerken ein offizielles Statement zu dem Vorfall ab. Im Aufenthaltsraum hatte Paulina heute am frühen Abend Kreislaufprobleme. Der Grund, die 26-Jährige hat zu wenig getrunken. Ein Sanitäter war direkt zur Stelle und hat Paulina direkt versorgt. Ihr geht es wieder gut, erklärte der Privatsender. Schwachsinn. Das liegt nicht nur am zu wenig trinken. Das liegt einfach daran, dass ihr versucht, mit Mangelernährung und einem unsädlichen Sendungskonzept die Teilnehmer hier in Streitereien zu zwingen. Das ist das, was Big Brother hier macht. Und das hat nichts mehr mit diesem harmonischen Big Brother zu tun, was wir mal kannten. Es gab immer mal heiße Dinge. Gar keine Frage. Aber das, was man hier tut, ist einfach nur alles andere als unterhaltsam. Es ist abartig. Ja, wir lesen mal weiter. Paulinas Mitstreiter glauben mittlerweile aber, dass die Lebensumstände bei Big Brother zu hart sind. Sogar im Dschungelcamp gäbe es mehr zu essen als die limitierten Haferflocken. Zudem bemängelten die schlechte Luft im Container sowie Temperaturen, die mal zu heiß oder mal zu kalt sind. Auch andere Bewohner klagen bereits über gesundheitliche Probleme. Kommt es zum Aufstand. Folge 5 von Pomi Big Brother zeigt Sat.1 am Freitag ab 22.55. Und da seht ihr mal, wie lange diese Schlagzeile schon her ist. Das ist jetzt wirklich schon ein paar Tage hier. Und es ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass wir die Schlagzeile jetzt zwei, drei Tage zu spät betrachten. Denn wir können ja darüber sprechen, ob sich was seitdem verändert hat. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, nein. Pomi Big Brother hält ja an ihrem dämlichen Konzept fest. Sie sind ganz klar davon überzeugt. Wir wollen möglichst viele Einschaltquoten bekommen, indem wir die Stars, unsere B-Sternchen hier in irgendeiner Form schlecht behandeln. Ihnen kein Essen geben. Und das ist das Sendungskonzept. Und ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ich habe es jetzt schon in jedem Video immer wieder gesagt. Und es tut mir leid, dass ich das jetzt noch einmal wiederhole. Aber ich muss es einfach sagen. Ich finde diese Art des Fernsehens unmöglich. Jetzt kann man natürlich mir die Frage stellen, warum gucke ich es? Ja, naja, weil ich die Videos für euch mache. Aber würde ich diese Videos hier nicht machen und würde es aktuell ein interessanteres Format für mich geben, dann würde ich auch diese Videos für Pomi Big Brother nicht machen. Ich muss hier ganz ehrlich sagen, ich bin entsetzt. Ich bin wirklich entsetzt, dass Pomi Big Brother hier auch nicht aus diesem Notfall gelernt hat. Paulina ist ja quasi hier im Waschraum ohnmächtig geworden. Da, wo keine Kameras waren. Man hat sie also nicht gesehen. Das hat sie denn irgendwie dann geschafft, dort rauszukommen. Also eine sehr, sehr gefährliche Situation. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Pomi Big Brother hier erst einmal schon dachte, uh, Mist. Und dieses Statement, sie hätte zu wenig getrunken. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach nur daran liegt, dass man zu wenig getrunken hat. Haferflocken sind dafür bekannt, dass sie dem Körper Energie geben. Ja, ja, alles gut. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber trotzdem, es ist eine einseitige Mangelernährung. Dem Körper fehlen einfach weitere Mineralstoffe, Vitamine etc. Nicht, dass ich das beurteilen könnte, was in Haferflocken drin ist. Ja, aber trotzdem, es fehlt dem Körper einfach eine Menge. Und man muss auch dazu sagen, dieser heftige Temperaturunterschied, das habe ich schon oft mitbekommen. Die Bewohner frieren zum Teil. Die sitzen mit Schuhen und Jacken auf dem Sofa und kauern sich an den Heizungen, weil Pomi Big Brother es nicht geschafft gekriegt, einen kleinen Container zu beheizen. Warum auch immer. Und das sind alles so Sachen, die ich hier seit der ersten Folge bemängelt habe. Kein großer Pomi Big Brother Fan der 11. Staffel bin, bin ich nicht. Früher fand ich Pomi Big Brother bzw. Big Brother um deutlich, deutlich besser. Jetzt haben wir hier aber ein Problem, weil es an die Gesundheit der Teilnehmer geht. So sehe ich das. Mit Paulina haben wir den Anfang gemacht. Andere beklagen sich über gesundheitliche Probleme. Und ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn wirklich jemand mal ohnmächtig wird und sich vielleicht den Kopf anschlägt. Oder, oder, oder. Man darf eines nicht vergessen. Pomi Big Brother ist hier der Arbeitgeber. Entsprechend hat Pomi Big Brother auch eine Fürsorgepflicht für die Bewohner. Das ist ja das, was ich immer versuche, in der Moralpredigt hochzuhalten. Und aktuell sehe ich, mit diesem Spielekonzept kommt Big Brother der Fürsorgepflicht nicht nach. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Zuschauer das sehen wollen. Nein, Zuschauer wollen einfach nicht sehen, dass jemand zum sechsten Mal aufs Essen verzichten muss. Wir wollen voller Power Trashies sehen, die Spiele machen, die Bock haben und da Glückserlebnisse haben. Das wollen wir sehen. Aber hungernde B-Sternchen, die dann da auf den Toiletten umkippen, das will keiner sehen. Pfui, Pomi Big Brother, pfui. Auch, dass das noch nicht mal in der Sendung thematisiert wurde, muss man auch sagen. Man hat das versucht, so ein bisschen im Livestream wegzuschalten. Finde ich alles sehr, sehr geschmacklos. Aber wundert mich ehrlich gesagt nicht, meine Lieben. Ja, das erstmal von mir als kleines Video. Eine kleine Information, die mir tatsächlich entgangen ist. Das soll es denn heute erstmal von mir gewesen sein. Aber wir sehen uns morgen wieder, morgen früh um 8 zum ersten Café. Mit natürlich der neuesten Promi Big Brother Zusammenfassung, was alles in der Live Show, aber auch dazwischen passiert ist. Ich werde den Katzenreporter noch mal eine kleine Schmuseeinheitserhöhung geben, damit wir hier dann doch wieder qualitative News bekommen, mein Lieben. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Abonnieren des Kanals. Ich verabschiede mich jetzt. Macht es gut. Tschüss.